ja wohl hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Minecraft ja heute zeige ich euch auf meiner kleinen Singleplayer-Map was die wir uns mal vor Ewigkeiten angelegt haben jetzt sind meine Gefahrt auch noch weg im Moment ist alles noch ein bisschen k.o. dich mit meinem Computer ich weiß nicht warum aber irgendwann werden wir das auch hinkriegen ja machen wir es dann, ne willst du machen wir es doch Stufkampfwerkzeuge wo ist denn drin? Oh ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es um dort zu suchen aber auf jeden Fall wollte ich euch bloß mal meine kleine Map heute zeigen wenn ich denn das richtige Material finde aber ich nehme mal Too Many Items, es geht schneller so 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 viele Items hört, das richtet mich auf gut da setzen wir es hin aber ins Forum so diesmal habe ich mir mal vor Ewigkeit angelegt aber es habe ich angefangen mit dabei was in 1.7 3 ja ich bin auf dem ausgestiegen beim Rutschen Ort ja auf jeden Fall würde ich mal rumgammeln ich habe gedacht da ich erst einmal nicht auf der Multiplayer spielen kann bei meinem Internetkreutschpakt zeige ich euch mal wo ein Singplayer wird ja hier steht nochmal meine erste Villa ja das habe ich mit meinem Freund damals gebaut der Weg zu unserer Kader Compton durch ein Haus alles klar alles HD Texturen hier das ist einfach nochmal geil ach da kommen wir rein ich habe hier lange nicht mehr gespielt ich sage euch liebe YouTube Gemeinde oder Community also das ist eine alte Map auch mit der ich auch sehr viel Spaß hatte ja ja wo kommen wir denn hier raus ja 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 wo kommen wir denn hier raus der Weg ist offen der Weg ist offen wundert mich ach jetzt weiß ich wo wir sind wir sind unsere sag mal so Kader Compton ja wir haben ja einfach mal angefangen zu bauen aus viel 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 langweiler hier unten nach oben nach oben nach oben nach oben blub 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 komm lass mich raus was ist hier noch haben wir schon geguckt Was ist das? Was ist das? Nicht gut. Was ist das? Ich kann euch nochmal das hier zeigen, die Hüla. Wie gesagt, das Spiel hat nicht mehr so gespielt. Aber das ist klaus. Geh rein. Das war damals noch Anfangszeit des Wargastion 173 Beta. Wo wir das gebaut haben. Dann nehmen wir auch unsere Fahrzeuge wieder. Und fahren zurück. Damit ich euch noch das zeigen kann, wo ich noch bin. Das war damals noch Zeiten. Ja. Aussteigen. Da wären wir schon. In unserem geheimen kleinen Lager, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir noch mit sehr primitiven Materialien gebaut. Oh, oh, oh. Unser geheimes Lager. Was hat denn da versteckt? Noch nix. Hier auch nix. Hier auch nix. Ein Crafting Table. Oh, es ist hier in der Gäste drin. Oh, da haben wir schon ein bisschen was. Ja, brauchen wir aber nix. Gehen wir noch mal tief vor hinein ins geheime Versteck. Ja. Ich habe hier natürlich alle meine Hause verbunden. Und deswegen... Ja. Craften habe ich keine Lust. Einfach durchranen. So, aus dem Ende. Wollte ich irgendwas noch einbauen. Ist aber lange lange Geschichte. Ja. Das war also meine Single-Player-Map. Und die Tiere gehen mir auf nerf. Eigentlich wollte ich ja bloß Surfer Tutorials machen. Also für uns ein Server. Was für eine Türkei drin? Oh, so mal Langeweile, glaube ich. Ist aber auch egal. Das nächste große Let's Play, was ich vorhabe, wird am 31.12. stattfinden. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja. Für Anregungen und so schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr mir irgendwas wollt, wie gesagt. Viel Spaß. Euer Max Mikkel.